So, dann bin ich wieder zu einer weiteren Folge Counter-Strike. Okay, dann fangen wir mal an. Gehe ich mal hier bei dem ins Spiel rein. Naja. Okay, das war auch schon. Gehen wir mal zu Terroristen, würde ich mal sagen. Naja, nö, den... Alles klar. Mein Gott, wie muss ich abschießen? Anti. Sag euch, ich bin schlecht, ich bin ein Noob. Ey, Mina! Ist das denn jedenfalls ganz gut? Ey, willst du mich verarschen? Ja, total schwul. Geht ihr mal fahren? Groet's gar nicht. Tja, da hat er mal. Au. Sichern und laden. Oh, der sieht sich gar nicht geeklig schon so. Warum? Wat willst du? Er ist nur wieder der Pro-Gamer. Hä, 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 hä. Deswegen. Wo ist sie mit der Pro-Gamer? Siehst du, nur weil du sie drauf hast? Wie geht denn mal los? Ah, da ist er mit der Scout nicht so perfekt. Ja, ich erzähle Scheiße mal wieder. Kennt ihr von mir. Ah, oh. Oh. Das ist kein Speed-Tag, Mann. Das ist eine Fähigkeit. Mann, das kannst du. Nehmt mal wieder dies mit Scout. Ja, nehmt doch auch mal nen Scout hier. Ach Gott. Kenners. Bester. Okay, los geht's. Ich hier mit der lieben Scout und die alte Güter. Wart, weiß ich die nicht. Ja. Ey. Mein Gott. Gut, ich geh dann mal. Aus der. Das nächste ist Martin. Okay, ich nehm wieder M4. Okay, dann mal los. Wie alt bist du, wenn ich mal fragen darf? Ey, Juli, komm mal rüber. Schichern und laden. Ja, jetzt bist du wieder zu. Ja. Ja, ich bin tot. Okay, los geht's. Jawohl, jetzt werden wir nicht im Spiegel. Jetzt will ich dich bluten sehen, Herr. Nö. Nö. Nö, 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 nö. Bist ja ganz cooler. Dann hat das B. Okay, los geht's. Okay. Okay. Dann mach ich jetzt mal los. Okay, dann mach ich mal los. Ja, gut. Nicht mal los. Ich mach jetzt mal hier die AWP und dann geht hier auch den Luciab ab, ey. Ich suche den Nuss. Tja. Ja. Zwei Nuss mit einem Rufi. Ne, zwei Pros. Ja, zwei Pros. Dann nehmt du doch auch einen, den du es nicht anders kannst. Eieiei, da geht er aber ab wie Schmitzell. Ja, los geht's. Ja, wohl. Ich weg jetzt ein bisschen, oder was? Ich hab mir gedacht, du wärst Oberpro. Dachte ich auch. Ich spiel' meinen Bruder gleich mal, okay? Ja. Hehe. Nicht lustig. Flichern und laden. Terroristen gewinnen. Tja. Guckst du raus auf Wäsche. Okay, los geht's. Ist das grad dein Bruder, oder was? Ja, das ist doch mein Bruder. Jetzt, jetzt spiel' ich wieder, okay? Ja, okay. Okay, okay. Alright. Tja. Tja. Ach, du Kack, du komm von hinten, du Kackbohr. Äh, du Kackbohr. Ach, du Kackbohr. Okay. Hu, hu, hu. Bitte bleib sachlich. Geht in Dickel. Tja. 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 Ja, knü. 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 Okay, dann mal los. Mein Bruder, ich bin klar. Nein, das war ein 4-5-8. Geht in Dickel. Puh. Würde mal sagen, das war ein Fail. Ja, wir werden. Ja, los. Oh, oh, ja. Sichern und laden. Geht in Dickel. 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 So. Okay, dann mal los. Weiter, weiter. Jetzt geht's ab. Die Luzi. Und die Barbara. Und die Barbara. Geht in Dickel. Geht in Dickel. Geht in Dickel. B6-3. Geht in Dickel. Tja, wer ist der Pro? Nein, überhaupt nicht. Sieht man ja. Geht in Dickel. Ich seh das Pro-Sein ja voll. Ja, das träum ich mich grad an. Halt, stopp. Hast du mal die Anzahl der Spielsachen gesehen? Hast du mal die Größe der Karte gesehen? Nein. Hup. 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 Mit Leifung brauchst du es gar nicht probieren. Da hab ich hier und jetzt kein Metzl in den Kuchen, aber nicht hier zu spüren. Okay, dann mal los. Geht in Dickel. 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 Ja, ach. So muss das sein. Okay, dann mal los. Tja, wer ist jetzt der Pro? Du nicht. Du aber auch nicht. Ja, hab ich auch nie behauptet. Hab ich auch nie. Vielleicht kommt der Pro rein. Ich bin ja schon drin. Ich meine, ich stehe. Geht in Dickel. 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 Na dann. Sicher und laden. Welches Level seid ihr? Welcher Rang meinte ich? Ich sag seit 10 Minuten, Bobby. Aber, ich sag's, kein weiter. Ich brauch ein bisschen auf keinen Rang. Ich bin Rang 3. Oh, cool. Du bist draußen auf der Strecke jetzt auf dem Cereo. Ich, 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 ich spiel seit einer Stunde. Ja, ist dann schlecht. Level 3, Level 3. Das ist bestimmt gut. 10 Minuten. Ja. Jawoll. Mach mal, ich bin gleich noch. Ich bin gleich noch. 1,2, außer sind wir noch 1,80 drauf. Du, Moog. Das ist wohl kein 100, das ist schon 3,2. Ähm, wir spielen 1,27 oder so drauf. Ist trotzdem nicht 4,3 von 1,27. Nein, wir spielen noch 1,80. Du, Moog. 100,4, lehre. Nein, bitte nicht! Bissen hält, Bissen hält! Kepp nicht!